Oh, hallo! Ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Und damit Hallihallo, herzlich willkommen, Servus zu einer neuen Folge vom Chromie-Cast. Und zwar der Folge 24, zusammen mit dem guten Mobi. Und heute noch als besonderen Gast die Zornkönigin dabei. Hallo, ihr zwei. Ja, hallo. Die Moderation hast du nicht zu Ende durchgedacht. Ja, ich weiß, ich hätte mich jetzt noch erwähnen müssen. Außerdem habe ich schon wieder Mobi und nicht Martin gesagt, so ein Rotzer. Mann. Alles klar, ich glaube, unsere Zuhörer wissen, dass mittlerweile was los ist. Apropos Zuhörer, wir haben ja auch Zuschauer dieses Mal, ne? Ja, genau. Wir haben ja jetzt Zuschauer. Wir sind jetzt auch mit Bild.ai und haben die Namen ja eh über uns stehen. Außer von dir, Zornkönigin, da haben wir jetzt leider keinen Namen mit drin stehen. Also bislang. Vielleicht editiere ich ihn auch rein. Schauen wir mal, ob das noch kommt. Aber ich glaube, man kennt dich. Bist du ja auch tatsächlich nicht das erste Mal, ne? Das erste Mal dabei? Ja, obwohl im Chromie-Cast war es nicht. Wir haben so ein Video auch genommen gehabt. Ja, genau, auf YouTube. Ja, ja, YouTube haben wir gemacht, aber im Podcast noch nicht bisher. Ja, dann herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank. Das heißt, du wirst jetzt auf Spotify, auf Apple, ähm, gnadenlos gehört. Ja. Hallo Apple, hallo Spotify. Ja, ja. Ähm, ja, kurz zu dir. Du bist ja jetzt auch, äh, Chromie-Partnerin. Bist ja vor schon etwas längerer Zeit sogar eigentlich zu uns, äh, mit so gejoint. Ähm. Ähm, aber für die Leute, die dich wirklich nicht kennen sollten. Wer bist du? Was machst du? Ja, hallo erst mal. Ich bin die Zornkönigin. Und ich streame auf Twitch hauptsächlich. Also, ich streame nur auf Twitch, mache aber auch ein bisschen YouTube-Content, ein bisschen TikTok nebenbei, aber nur zum, ja, zum Spaß an der Freude. Twitter ist meine große Liebe, Instagram kann man mich auch finden. Die meiste Zeit streame ich eigentlich World of Warcraft, ähm, auf der Allianz-Seite tatsächlich. Und, ja, ich stelle mich aber im Moment auch ein bisschen breiter auf. Also, wir machen auch ganz viele andere Sachen, die jetzt so mit WoW nicht so viel zu tun haben. Kochen, Outdoor-Streams, andere Games, dies, das. Aber die große Liebe gehört nach wie vor immer noch World of Warcraft und meiner Holy-Priesterin, Zornkönigin. Du spielst halt auch schon lange Holy, ne? Ja, ja, schon seit kurz vor Burning Crusade. Ja, ja, ich bin ja auch so, seit Classic habe ich meinen Holy-Priester. Es gibt einfach nichts Schöneres, oder? Zum Heilen gibt es nichts Schöneres. Ah, da werden wahrscheinlich einige Leute widersprechen. Aber für mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt aktuell mich mal an einen Monk herangetraut, aber das liegt mir gar nicht. Also, ich habe es jetzt wirklich oft genug versucht und ich merke einfach, das ist gar nicht meine Art zu heilen, leider. Ist das was ganz anderes? Ja, total, absolut. Ich will mal einen Holy-Paladin probieren. Schamanen habe ich schon mit geliebäugelt, einfach um mal ein bisschen was anderes mal zu spielen an Hila. Aber ich werde da nicht den Main changen. Also, das ist mehr so Spaß und Freude, ein bisschen reingucken, wieso die anderen Klassen so zu spielen sind. Aber ich glaube, der Monk und ich werden keine Freunde mehr. Für mich gibt es die Klasse ja auch nicht, ne? Also, ich kenne ja nur 11 Klassen in World of Warcraft, morgen kam nie, Mist of Pandaria gab es auch nicht. Aber ja, gut. Cancel in World of Warcraft. Cancel einer Klasse. Kommen wir gleich mal zum Thema. Hila. Also, generell, worüber wir heute irgendwie quatschen wollen, ist Raw of the Lich King Beta. Ich glaube, da können wir nur ein paar kleine Eindrücke oder generell mal einfach, wie geil wir das finden oder wie ungeil wir das finden. Ich war heute schon drin. Und dann das andere Thema. Wir nehmen jetzt heute am Donnerstag den 23. auf. Morgen am 24. ist ein ziemlich geiles Event bei der Zornkönigin und bei Chromie auf dem Twitch-Kanal. Und apropos Heiler, du willst heilen, ne? Ja. Und zwar, euch heilen, also eure Keys. Also, ihr hört es jetzt natürlich schon, wenn das Event vorbei ist. Aber da wollen wir ein bisschen drüber quatschen über das Event. Mit was wollt ihr anfangen? Wollt ihr Mortal K oder wollt ihr das Event? Ich würde sagen, wir machen das Event am Ende. Genau, würde ich dir auch gerade sagen. Wir machen es spannend. Okay, wer hat Bock von euch auf Brawl of the Lich King Classic? Von euch beiden. Gehen wir mal Ladies first. Auf jeden Fall. Oh Gott, ich freue mich schon so sehr darauf. Es wird so toll. Ich liebe Classic. Es ist aber, ja, also jetzt am Ende, wie es halt immer so ist, ist das dann immer so ein bisschen ausgelutscht, sage ich mal. Also für mich, für viele andere vielleicht nicht. Ich schaue manchmal noch mal rein in Burning Crusade, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es nur noch hauptsächlich spiele. Ich habe ja auch eine ganze Weile noch geradet in Burning Crusade, dann nicht mehr im Stream. Ich habe das dann für mich so genossen. Classic ist halt einfach Liebe und WTLK wird einfach super, hoffe ich. Also ich kann es mir schon denken, dass es super wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also für mich wird es gut. Und es gibt wieder frischen Wind und man kann die Streams auch ein bisschen anders gestalten, weil alles so schön viel langsamer ist und so. Ich habe viel mehr Zeit für den Chat. Ich brauche mich nicht stressen in der M Plus gefühlt. Es sind so viele, die auch schon mitspielen möchten und das wird toll. Ja, ja, doch. Ich freue mich. Ich bin ein Befürworter. Ja, ja, definitiv. Sonst hast du, Mobi? Martin? Ja, also WTLK. Ja, WTLK war definitiv mein bisher, auch Stand heute noch, absolutes Lieblings-Add-on. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn mich irgendwas zu Classic ziehen kann, dann ist es WTLK. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich es wirklich spielen werde, aber das hat eher Zeitgründe. Ich spiele generell wenig Videospiele gerade. Es gibt andere Verpflichtungen bei mir im Leben gerade. Und ich weiß nicht, ob da noch Zeit ist für Classic nebenbei. Aber ich sage mal so, WTLK reizt mich schon ein bisschen. Gerade wenn sie dann sowas doch noch machen wie Season of Mastery. vielleicht dann noch geiler. Also, ich bin schon geneigt dazu, tatsächlich es mit zu installieren. Ja, das ist ja auch gerade, wie du sagst, Zornkönigin. Gerade dieses Entschleunigte ist so krass. Ich habe es heute im Stream, ich habe ja heute die Beta gestreamt. Und ich habe es heute im Stream schon gesprochen. Es ist irgendwie wie, als wenn ich Urlaub von der Arbeit von World of Warcraft mache. Ich liebe World of Warcraft Retail, wirklich, über alles. Und werde es immer spielen und immer bevorzugen vor Classic. Aber es ist so extremst entschleunigt. So von allem Grund auf langsamer, entspannter, ruhiger. Und das ist wirklich schön. Ich meine, wie gesagt, ich habe es damals gesuchtet wie Sau. Aber so Entspannung ist wie ein Urlaub einfach. Als würde man zu dem alten Ferienstrand fahren, mit dem man zu den Eltern immer gefahren ist. So wie du früher in der Altbahn noch klein war. Ja, schöner Vergleich. Ja, aber es ist ja auch Heimat irgendwie. Also ich war heute zum Beispiel, ich habe den Todesritter heute gestartet. Das Todesritter-Startgebiet gemacht. Ey, ich weiß nicht, an wie vielen Stellen ich dann stand und denke mir so, ja, das, das und das. Und dann das und das. Und dann haben wir das und das gemacht. Und du wusstest gar nicht mehr so richtig alles. Und so halt nur noch. Es war Erinnerung pur heute. Und dann das erste Mal rüber in den heulenden Fjord. Ähm, Gänsehaut pur. Ja, die Erinnerungen. Ja, entspannt, ruhig. Also wirklich, war damals schon eine schöne Zeit auf jeden Fall. Wobei ich, wie gesagt, Retail immer bevorzugen werde. Definitiv. Wirst du dann Holy Priester auch da spielen? Ja, 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 auf jeden Fall. Ich spiel meinen Char weiter. Ähm, ich hab noch Boosts. Ich geh ganz schwer davon aus. Also ich weiß nicht genau, weil die Riege bei Blizzard hat ja gewechselt, was Community Management angeht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich diesmal wieder einen Boost bekommen werde für irgendeinen anderen Char, aber ich werd den auch gar nicht brauchen. Also ich werd den Priester schön weiterspielen. Ich spiel ja auch in Burning Crusade, die Zornkönigin, als Holy Priest. Und die werd ich mit rübernehmen. Und, ähm, ja, die werd ich auch spielen, ganz genau. Ich werd da wieder als Priester die Gegend unsicher machen. Oh ja. Ja, ja, das ist auch noch so eine Erinnerung. Classic und Burning Crusade. Also von Classic bis heute hab ich als Heiligpriester gelevelt. Nie umgeskilled auf Shadow oder so, sondern alles immer durch als Holy. Gequestet, gelevelt, alles. Hardcore. Würde ich nie wieder tun. Würde ich nie wieder tun. Nie wieder. Nee, 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 das hab ich nicht gemacht. Ich hab schön, ich hab schön, ähm, bei der Levelphase in Burning Crusade hab ich schön auf Shadow umgeskillt. Und hab dann alles als Shadow geheilt. Alles. Alle Innis, alles als Shadow geheilt. Ich weiß nicht, es ging, ja. Ja, 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 es ging, es war aber ziemlich spannend zu sehen, dass sehr viele Leute immer in den Stream kamen und sagten, das geht nicht, das geht nicht, das kann nicht sein, das stimmt nicht, du lügst, dies, das, ja. Und dann bin ich die ganze Zeit, das war übel spannend eigentlich, bin ich mit dem Talentbaum, mit dem geöffneten, hab ich gestreamt. Weil die Leute wirklich kamen und gesagt haben, das stimmt doch nicht, was du da erzählst. Also die konnten sich irgendwie gar nicht vorstellen. Und für mich war das so ein bisschen weird, weil ich so dachte, hä, also es ist doch nicht, ist doch jetzt kein Akt, das geht schon. Aber das war irgendwie, also in den Köpfen war verankert, das geht irgendwie nicht. Ja, klar. Das war schon spannend zu sehen auch. Also ich hab dann wohl die Säge gestrichen, wir haben dann auch versucht, ähm, heroische Instanzen, das war dann, aber es ging dann nicht. Also wir hatten dann auch, ähm, uns eine sehr schwere ausgeguckt, das war dann vielleicht auch nicht unbedingt so glücklich, aber, äh, das war dann zu hart, ne, mit ohne Equipment, weil die war ja dann noch nicht full Raid-equipped oder sowas. Das ging dann natürlich überhaupt nicht. Also da hab ich dann auch dann irgendwann umgeschritten und gesagt, okay, bis hier und nicht weiter. Aber den Rest der Zeit, ich hab das schön alles als Shadow geheilt. Das war eigentlich nicht so schwierig, tatsächlich. Ja, den einzigen Damage-Skill, den ich hatte, war hier die, ähm, Zauberstab-Spezialisierung im Diszi-Baum, äh, ne, mehr Schaden mit dem Zauberstab. Das war das Einzige, was ich tatsächlich immer mitgenommen hab. Und ansonsten, Smite, 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 also Pein, 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 nichts anderes. Alles war geil. Würde ich aber, wie gesagt, nie wieder tun. Und sagen, VRTK war auch das erste Add-On, ähm, wo ich tatsächlich auch Main-Damage-Dealer wurde. Davor hab ich, in Classic war ich Holy Priest auch. In BLC war ich Holy Paladin. Und dann hab ich mich zum Retri gewechselt. Und seitdem für immer. Ja, der Retri war, war auch schon, generell die Klassen waren relativ fein. Aber ich muss sagen, allein was ich schön fand heute, wieder diesen alten Blut-DK als DD noch, wie es ihn damals gab. Das war ziemlich cool. Da möchte ich, da bin ich gleich mal eine Frage an euch beiden. Könnt ihr euch noch an Features, gewisse Features von früher Wattl-K erinnern, die es heute einfach so nicht mehr gibt? Habt ihr da was im Kopf? Es ist ganz vieles, was mir heute aufgefallen sind, wo ich wusste, wo ich nicht dachte so, hä, kam das nicht danach? Und war das nicht ganz anders? Ey, dieses Umspielen kam erst mit Kette Klösen, ne? Das kam erst später. Ja, genau. Das kam tatsächlich erst später, ja. Hm. Glaubst du noch? Also ich werf das sowieso grundsätzlich sehr, sehr viel irgendwie durcheinander. Ist auch lange her. So ganz im Grundsätzlichen schon immer. Deswegen würde mir jetzt nicht so direkt was einfallen. Ich freu mich aber auf das Abenteuer, das zu entdecken. Das wird super. Und es wird so schwierig, um dich herumzuhüpfen, weil du ja unfassbar viel posten wirst. Und ich muss dann immer schön die Augen so machen, nein, 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 Spoiler nicht. Nein, nein, nein. Ich hab's zwar schon alles erlebt, aber ich weiß halt einfach, dass ich das nicht mehr alles auf dem Schirm haben will. Das war auch bei Classic genauso. Also bei Classic Release und bei Burning Crusade Release war's auch so, dass ich dachte so, hä, okay. Hä, okay, echt? So war das? Ja? Aber es war dann schon spannend. Spannend zu erleben. Ja, das, was mich heute am meisten so, wo ich so richtig, ich wusste irgendwo, ja, es gibt dieses Feature, aber ich hatte es nicht mehr so im Kopf. Gar nicht. Nicht mal mehr dieses UI, wie es aussah, und zwar das Glyphensystem. Stimmt. Das war noch damals, das haben sie ja frisch eingefüllt und da war es ja noch ganz anders, als es heutzutage ist. Ganz, ganz, ganz anders. Das haben sie ja ein paar Mal umgeworfen, das Ding. Ja, ja. Also wirklich ganz, ganz. Und ich hatte selbst dieses UI einfach nicht mehr im Kopf, wie es aussah und die Glyphen und so was. Und vor allem, was die Glyphen alles gemacht haben. Und dann stand ich da heute, weil in der Beta ist halt so ein Verkäufer, da kannst dir alle Glyphen kaufen für alle Klassen und so und Shit. und ich stand da und denke mir so, echt jetzt? Er hat noch Gameplay-Impact tatsächlich, ne? Richtig, ja, richtig, richtig Gameplay-Impact, ja. Aber sehr cool, hat mir sehr gefallen. Also generell war ich heute von der Beta sehr beeindruckt, wie cool, ich meine, für mich ist Burning Crusade irgendwie immer noch so ein bisschen über Wattel K, aber ich bin gerade von der Beta her, von der Erfahrung, ich habe ja auch Burning Crusade, auch Cara ja kurz geradet da und so was, aber ich muss sagen, ich finde, allein nur der Eindruck heute von Wattel K ist um einiges geiler als Burning Crusade Classic. Wirklich. Ich bin da mit einem viel geileren Gefühl drangegangen so. Vor allem auch Stream-technisch gesehen, Burning Crusade ist so eher für mich oder für ein Let's Play oder so, aber Stream eher nicht so für mich, aber Wattel K schon viel eher. Gefühlt würde ich auch zu Wattel K sagen, ist die Story und das Gesamtpaket ein bisschen kompletter. Ja. Burning Crusade wirkt ein bisschen, naja, zusammengestückelt ist auch echt fies ausgedrückt, so ist es nicht gemeint, aber, ähm, ja, es wird kleiner und linearer, ja, genau. Ja, 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 das finde ich auch. Vor allem, wie gesagt, so Sachen, aber da wollen wir dann jetzt nicht so sehr die Zaunkönigin hier spoilern. Ähm, es ist eine wunderschöne Erfahrung, glaube ich, nochmal Wattel K zu spielen. Können wir dann bestimmt mal zusammen, oder, Zaunkönigin? Dann machen wir doch bestimmt mal was, oder? Ja, können wir doch nicht, du bist sicherlich auf einem anderen Server, oder? Ach ja, stimmt, wir sind ja nicht Retail. Ja. Ja, stimmt, ja. Ich glaube, ich habe aber auch noch einen Boost oder sowas. Keine Ahnung, schauen wir mal. Auf welchem bist denn du? Everlook. Äh, okay, ich bin auf Resorven. Mhm, ich habe das nämlich auch so im Kopf gehabt, ich war mir aber nicht mehr so ganz sicher, wo du da unterwegs bist. Ich bin auf einem anderen Server. Ja, das geht leider dann nicht, das ist sehr schade. Ja, was sagt ihr dazu über den Dungeon-Browser? Das können wir jetzt so als letztes Wattel-K-Thema vielleicht noch nehmen, das ist ja sehr kontrovers diskutiert. Ich konnte mir den Dungeon-Browser heute ein bisschen angucken. Ähm, es ist nicht der Dungeon-Browser von, ähm, äh, äh, von früher, wie er in ICC alt eingeführt wurde, sprich, dass man zur Instanz ja hin teleportiert oder wird oder so. Sondern sie haben eigentlich fast eins zu eins den, ähm, Browser genommen aus Retail. Also den wir jetzt haben für M Plus und sowas. Ist fast eins zu eins jetzt da drin. Findet ihr das gut oder hättet ihr gerne den alten von damals, wo man, den wir heute noch kennen, wenn man sich für eine HC oder für eine normale Indie anmeldet? Wie die Frage ist, weiß man was zu den, ähm, Gründen, warum sie jetzt doch, äh, das gemacht haben? Nö. Also gab bestimmt einen Blutpost, aber ich bin, wir, wir berichten ja nur über Retail, so Classic lese ich mich da jetzt nicht zu krass ein. Aber es ist wie gesagt, der Browser ist selber wie der, den wir jetzt gerade nutzen für M Plus, sprich, man wird nicht hingeportet, man wird nicht automatisch in eine Gruppe zusammengefasst, sondern man kann sich anmelden halt und dann wird man genommen oder nicht genommen und kann dann auch währenddessen in einem extra Channel chatten. Sozusagen. Das ist der Browser. Also ich finde grundsätzlich die Idee, dass man sowas einführt, gut. Und ich hab's auch ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, ähm, warum man's rausgekürzt hat. Von daher bin ich eigentlich, ich hab mir den neuen jetzt noch nicht angesehen. Wenn du sagst, der ist wie Retail, umso besser. Ich find den in Retail tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ähm, es ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. So, ich mein, ich verstehe, dass die, die, die ganzen Lore und, äh, RP-Enthusiasten sagen, ähm, die möchten gerne auf dem Marktplatz in Sturmwind die Leute anquatschen und sagen, hey, holde meid, wollt ihr mit mir ein Abenteuer erleben? Aber, ja. Ich weiß nicht. Wenn das mal so wäre, nicht so von wegen, ey, hast du Rio, Gearscore, Dalaran, Rundencheck oder was auch immer, ne? Ja. Was sagst du zur Königin? Ähm, also ich bin super froh, dass es was Ähnliches gibt. Einfach nur jetzt aus der Streamer-Sicht, denn es ist so, so, so doof gewesen. In Burning Crusade, da gibt's ja gar nichts sozusagen, außer das Ding, was die da nachher irgendwann mal da eingeführt haben. Mhm. Und, ähm, das war voll blöd, weil du hast im Stream gesessen, du wolltest eigentlich eine Indie spielen und dann saßt du da und saß da und hast da gesessen und gesessen. Eigentlich ist überhaupt nichts passiert währenddessen und es dauerte ewig, weil irgendwie sich nichts gefunden hat, wer mitspielen wollte und so weiter. Ähm, ich find's auch für die Leute, die eben arbeiten müssen, ganz gut, dass sie doch was eingeführt haben jetzt im Spiel. Denn, ähm, wenn du jetzt einen normalen Tag hast, einen normalen Arbeitstag, dann hast du vielleicht noch Familie, du möchtest aber trotzdem ein bisschen Classic spielen. Du hast ja nicht die Zeit, dich zwei Stunden da hinzusetzen und eine Gruppe zu suchen. Das ist, glaub ich, eine ganz gute Sache, dass sie es jetzt doch irgendwie zumindestens im Ansatz gelöst haben. Also, es ist ja nicht No Changes, aber besser als gar nichts, denk ich mir. Ich glaub, den No-Change-Ding, das haben wir ja eh schon hinter uns. Ja, aber die Leute wollen es ja, also, ne, das wird ja trotzdem immer wieder angeführt. Das ist ja doch wirklich ein hartes Trigger-Thema, die Sache mit dem Dungeon-Browser. Das ist ja, äh, boah, also ... Ich verstehe dieses No Changes nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich, äh, Erkenntnisse oder Dinge, die, also ich sag mal, sich absolut bewährt haben und wirklich gut sind, aus Prinzip nicht haben will. Also, ich meine, ich verstehe das, dass man den Spirit des alten Spiels bewahren will. Keine Frage. Aber gewisse Sachen, die einem wirklich, also, die wirklich einfach das Leben erleichtern, ja. Ich verstehe nicht, warum man das nicht reinmacht. Auch UI-Sachen, ja, die in Retail jetzt schon drin sind. Äh, ich verstehe nicht, warum man dann unbedingt das alte Drecks-UI von gestritten Leute haben muss. Ich liebe es. Ich liebe das alte UI. Also. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich muss auch sagen, ich find gut, dass so ein Ding drin ist. Ich hab mir sogar gewünscht, dass das Ding serverübergreifend gehen würde. Ja, jetzt werden mich wahrscheinlich alle Classic-Spieler sofort hier deabonnieren und lynchen und ich krieg morgen wahrscheinlich Brandnachrichten und sowas. Ähm, aber ich würd's sogar gerne serverübergreifend, weil dann hätten wir jetzt nicht gerade das Thema gehabt, so vorhin, oh, du bist auf einem anderen Server, sondern, ja, lass doch mal eine Indie zusammen machen. Ja, alles klar, cool, ich meld mich im Tool an, meld dich an. Fände ich super. Weiß ich nicht. Ich hab da nicht, ja, aber gut, das ist ... Ich kann die Leute verstehen, wenn die das zusammen wollen, ich würd's definitiv gerne anders. Ich hab doch noch was Letztes. Mhm. Mit Mobi hatte ich schon drüber gesprochen, aber da geht jetzt die Frage an dich. Ähm, Iron Hathikotas und das Team von Classic hat ja schon bekannt gegeben, so, sie wissen noch nicht, was sie nach Wrath of the Lich King tun werden. Sie sind dann auch ganz, ähm, auf das Feedback von der Community gespannt, soll's einfach mit Kataklysm weitergeben, soll's einen festen Wattel-K-Server geben, soll was ganz anderes passieren. Was wäre dein Wunsch? Soll es einfach weitergehen mit Classic, also Kataklysm kommt, ähm, MOP und so weiter, oder feste Wrath of the Lich King-Server, dass man dann darauf immer bleibt, oder wie hättest du das gerne? Darf ich träumen? Ja, gerne. Mhm. Also, wenn ich träumen dürfte, dann würd ich's ganz toll finden, wenn sie die Geschichte einfach anders weitermachen. Also kein, kein, kein Kataklysm und alles, was dahinter folgt, sondern einfach ein ganz anderer, ganz anderer neuer Weg, weil, mhm, ist ja bekannt, dass dann doch, äh, ja, dass vielleicht nicht ganz so beliebt war, was sie da gemacht haben. Und deswegen weiß ich nicht. Also, es gibt natürlich immer noch Befürworter, die sagen, hey, nee, das fand ich super, Pandaria hat mir total gefallen, Katta hat mir super gefallen, aber, ähm, ja, mir jetzt nicht so sehr. Deswegen würd ich das richtig cool finden. Aber ich glaub, das ist wirklich nur a dream und der wird auch niemals wahr werden, weil das ist wahrscheinlich einfach viel zu viel Aufwand und da ist ja dann immer die Frage, wie viel Geld bringt denen das dann auch ein, ne? Also, haben die Leute da Bock drauf? Ja, nein. Das würd ich cool finden. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn die das einfach so releasen, wie es halt war, würd ich trotzdem reinschauen. Also, ob mich das dann hypen würde oder nicht, ist ne andere Sache, aber, mhm, es ist ja zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ja immer noch so, dass es im normalen Abo mit drin ist. Das hab ich ja sowieso. Also, ist es auch ein Versuch wert für mich da einfach nochmal reinzuschauen und mir das anzuschauen und vielleicht auch nochmal ein bisschen zu spielen oder sowas. Aber ich wär jetzt von Kataklysm nicht so unbedingt gehypt. Also, das ist jetzt nix, wo ich sagen würde, wow, hoffentlich kommt das bald. Das möcht ich so gerne nochmal erleben oder so. Ja. Also, das würd ich toll finden, aber ich glaub, glaub, das wird nicht passieren. Also, das werden sie nicht machen, irgendwie einen neuen Handlungsstrang. Sie können ja einen Retail in den Handlungsstrang der bronzenen Drachenschwärme machen, äh, mit Cromie, wo wir in die Höhe der Zeit gehen und den Kataklysm, äh, verhindern und dann droppen sie den alternativen Weg in Classic. Ja, die Frage ist ja, ist das bezahlbar? Die Entwicklung kostet ja auch nicht gerade wenig Geld, ne? Das ist eben das. Dann würde Classic wahrscheinlich eigenständig werden, ebenfalls für 59 Euro, dass die neue Erweiterung dann sozusagen gekauft werden müssen und so weiter, ne? Das wäre ein Ding. Ja, ich würd's kaufen. Also, ich würd's kaufen. Ich würd's tatsächlich auch, ähm, bin ich voll bei dir. Ich würd's auch kaufen. Ich würd's dann wahrscheinlich sogar mehr spielen als jetzt Classic, weil, aber das treibt mich dann auch natürlich schon wieder in die Woche wird 60 Stunden WoW die Woche so. Hm, okay. Ja, gut. Das ist natürlich ne Sache. Das ist natürlich ne Sache. Nichts, was viel Kaffee nicht lösen könnte. Ja. Wir sollten eh mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, ne? Gerade mit diesen, ähm, Vollpreis-Add-ons. Jetzt haben wir mit, äh, Dragonflight, das jetzt übrigens vorbestellbar ist. Ja, könnt ihn vorbestellen jetzt. Mit verschiedenen Editionen. Ob das sich sowieso noch in Zukunft so weiterentwickelt, wenn Microsoft am Ruder ist. Hm. Oder ob wir dann nicht tatsächlich, äh, Battle Pass. Ein Game Pass bekommen. Also, hm. Wäre eine Idee. Tatsächlich, wo du gerade einsprichst, das war sogar das Video, worüber wir, oder unser letztes Video hier zusammen, da haben wir ja über den Microsoft-Deal gesprochen, ne? Stimmt. Ja, ganz genau. Da ist es gerade bekannt geworden. Da ist es gerade bekannt geworden mit dem Microsoft-Deal, ja. Ja, nee, cool. Ja. Ähm, schieben wir mal das frostige, Thema, würde ich sagen, beiseite. Wird langsam eisig. Hier so bei 35 Grad, gerade im Zimmer. Ähm. Ja, morgen ein cooles Event. Machen wir es härter wärmendes. Ja, genau. Jetzt machen wir härter wärmendes. Wir haben morgen ein cooles Event. Ein richtig, richtig, richtig cooles Event, wo ich mich echt drauf freue. Vor allem auch mit den, äh, mit euch, äh, mit den Partnern und sowas, das alles so zusammen, ähm, geschafft zu haben, da hinzukommen, wo wir dann sind. Ähm. Wir sammeln für zwei Organisationen. Ich würde sogar sagen, äh, Sozialfälle, also das ist eine der, eine der Vereine, für die wir sammeln. Du, kannst, kannst du bestimmt super kurz geil introduzieren, oder? Liebe Zornkönig. Ja, klar. Ich kann, ich kann gerne was drüber erzählen. Ja, ja. Kann ich gern machen. Ähm. Das Wort, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, ich bin, ich bin kreativ. Content Creator. Hallo? Ich kreiere Wörter. Was ist los? Ähm, ja, also Sozialfälle. Sozialfälle ist, ähm, tatsächlich ein eingetragener Verein. Ähm, und, ähm, also die machen echt tolle Sachen. Es ist so, ähm, dass sie sich einsetzen für Menschen, die eben in eine finanziell vielleicht nicht ganz so gute Situation geraten sind durch Arbeitslosigkeit oder weil die Rente zu kurz, äh, zu knapp bemessen ist, etc. Also, ähm, setzen sich eigentlich dafür ein, dass man, wenn man in so einer Situation ist und hat ein Haustier, dass man dieses Haustier eben nicht aufgrund von nicht bezahlbarer Tierarztkosten irgendwie abgeben müsste. Das muss natürlich auch irgendwo finanziert werden. Das wird in dem Fall natürlich über Spenden finanziert. Und, äh, das ist auch das, wofür wir dann eben morgen sammeln werden. Die machen auch ganz viele andere Sachen noch. Die sind in Hamburg ansässig. Wenn man jetzt in Hamburg wohnt, kann man da auch zum Hamburger Garbenzaun gehen, so nennen die das. Das ist, glaube ich, immer freitags, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und, äh, kann sich da Futterspenden abholen. Also sowas wie so eine, wie, wie die Tafel. Nur für Tiere eben. Und, äh, die machen da wirklich tolle Sachen. Es ist jetzt auch so, dass das wirklich auch überprüft wird. Also nicht, weil jetzt, äh, Otto, Franz, Sebastian da hingeht und sagt so, hach, ich kann jetzt meine Tierarztrechnung nicht bezahlen. Sondern es wird halt auch wirklich überprüft, hat man das Geld, hat man das Geld nicht. Und, ähm, ja, mit Sozialfälle arbeite ich, glaube ich, seit 2020 ist es, glaube ich, ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich meine seit 2020 zusammen. Da habe ich die erste Spendenaktion gemacht. Und, ähm, das war sehr, sehr schön eigentlich, weil ich habe da gar nicht mich gemeldet oder so. Ich habe die einfach mir rausgesucht auf Betterplace, habe mich da ein bisschen umgeschaut, was ich denn gerne unterstützen möchte. Und, ähm, bin dann eben auf Sozialfälle gekommen und habe dann den Spendenstream gemacht. Und die waren dann auch da und haben dann auch alles bei Instagram gepostet und haben sich super gefreut. Die hatten Twitch auch tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und überhaupt nicht so, äh, die Idee davon gab, dass man da ja vielleicht auch was machen könnte, um eben den Menschen und den Tieren da zu helfen. Und das Coole war, also wir haben dann diesen Spendenstream gemacht und alle Anträge, die da noch eingegangen waren von Leuten, die eben hilfsbedürftig waren, wurden vor dieser Spendenaktion abgelehnt. Und nach der Spendenaktion konnten die, ähm, die ganzen Sachen, also alle bearbeitet werden. Jeder einzelne Antrag, der da eingegangen ist, wurde dann hinterher dann auch, ähm, ja, konnte dann geholfen werden. Das war super, super toll. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die das unterstützt haben. Das war, äh, tatsächlich im Sommer 2020. Ich habe das hier gerade nebenbei mal nachgeschaut. Und, ähm, ja, die machen, also die machen wirklich tolle Sachen, muss man sagen. Das ist schon eine gute Sache, weil du kannst ja immer in so eine Situation kommen und, äh, Tiere an sich sind ja schon wichtig. Die sind als Therapietiere einsatzbar, die schützen vor Vereinsamungen, helfen bei Depressionen, alles, was man sich so vorstellen kann. Also es ist schon tatsächlich so ein Herzensprojekt für mich, weil, ähm, in die Situation kann halt jeder kommen. Gerade mit der, ja, mit der vorherrschenden aktuellen Lage der Nation, sage ich mal, ähm, ist es, glaube ich, ist, glaube ich, nichts mehr so richtig sicher gefühlt. Und, ja, da kann man, kann man, denke ich, ganz gut unterstützen, weil die machen wirklich tolle Sachen und die sind auch sehr, sehr nett. Also man kann sich da auch immer melden und nachfragen und, ja, also ist es, glaube ich, unterstützenswert, ja. Ja, ich habe mit dem Geschäftsführer geschrieben, ähm, leider Gottes ist es momentan auch so, dass da ein kompletter Stopp ist. Ähm, sie können gerade keinerlei Aufträge mehr annehmen. Sie haben jetzt noch für dieses Jahr Spenden offen, ungefähr dreieinhalbtausend war es, Stand, vor ein paar Tagen. Ähm, deswegen können sie auch keinerlei Leute mehr annehmen momentan. Und, ja, das wollen wir morgen ändern. Wir wollen, dass da morgen ordentlich was reinkommt, dass da morgen auf jeden Fall einiges passiert und sie wieder Leute aufnehmen können. Weil, ähm, er hat mir geschrieben, dass es gerade aufgrund der Ukraine-Krise so ist und vorher war halt die Corona-Krise. Und, wie man es so kennt, die Ukraine-Krise polarisiert natürlich um einiges mehr. Natürlich, klar, es ist in aller Munde, überall in den Medien. Und dafür wird dann auch gespendet, was ja auch definitiv richtig so ist. Ähm, aber gerade solche kleinen Vereine gehen dann recht leer dabei aus und haben dann richtig die A-Karte, weil die einfach nirgendwo mehr auf dem Schirm stehen. Ähm, die es aber echt dringend brauchen und halt einfach komplett von Spenden angewiesen sind. Und deswegen haben wir uns das ja auch rausgesucht dann durch dich. Also wir sind auch durch die Zornkönigin am Darauf überhaupt gekommen, dass wir die Spendenaktion dahingehend machen. Ähm, und freuen uns wirklich, würden uns wirklich freuen, wenn wir, wenn ihr es jetzt hört, dass die ihren Top voll haben. Das wäre cool. Da hätte ich Bock drauf. Ähm, kommen wir zu dem anderen. Wir haben zwei Sachen, für die wir morgen Spenden sammeln. Das nächste ist, ähm, ein Buch für Mobbing-Opfer, äh, vom Norman. Der heißt auf Twitter und Instagram überall dein Therapeut. Der hat ein Buch geschrieben. Er wurde selber früher gemobbt. Und, ähm, weil er homosexuell ist. Und er hat ein Buch über das Mobbing geschrieben, dass halt Menschen oder Jugendlichen an Schulen eine Art Werkzeug an die Hand geben soll, wie sie mit dem Mobbing zurechtkommen. Dass man es eben nicht einfach so auf die Seite schiebt. Ja, irgendwann hört das auf. Also diese typischen Sprüche, die man von früher kennt, ne. Ja, lass es einfach über dich ja gehen. Irgendwann hören die schon auf. Dass das halt alles Bullshit ist. Sondern du kriegst halt mit diesem Buch richtig Werkzeuge an die Hand. Wie du gegen das Mobbing vorgehen kannst. Was du machen kannst. Wo du Hilfen bekommst. Und so weiter. Ähm, das Coole an diesem Buch ist, dass kriegen Mobbing-Opfer umsonst. Das wird dann natürlich, aber, oder muss halt, finanziert werden. Und das werden wir halt morgen mit versuchen zu finanzieren. Stand gerade eben, also er hat ja auch selber, der, ähm, Autor von dem Buch, hat vor ein paar Wochen selber auf Twitter aufgerufen für Spenden, weil er keine Bücher mehr übrig hatte. Und er ist jetzt gerade wieder bei 700 Büchern, wenn ich es richtig im Kopf habe, die offen gehen, aber die auch alle schon irgendwie gerade versendet werden. Und wir versuchen da morgen halt auch nochmal einen ordentlichen Packen Freibücher für Mobbing-Opfer, ähm, ja, zu organisieren, weil das ist immer noch ein Thema, was leider extremst totgeschwiegen wird. Mobbing und irgendwie immer so abgetan wird als eine Nebensächlichkeit. Wobei es eine ganz schlimme Angelegenheit ist und schon viele Suizide mit sich mitgebracht hat. Oder, ähm, Depressionen und, 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 und. Und das Thema muss behandelt werden. Ich glaube, da haben wir morgen ein richtig gutes Line-Up. Auf jeden Fall, ja. Wir tun Gutes, das ist wichtig. Wann geht es los, wo müssen wir einschalten? 9 Uhr. Entweder, äh, twitch.tv-Zornkönigin mit O-E. Oder aber twitch.tv-Chromi.de. Ihr kennt es. Einfach beide Streams aufmachen, jedem mal das Beste. 9 Uhr geht's los. Äh, kurz vor 9 Uhr werde ich schon, glaube ich, wird der Stream schon an sein. Aber ab 9 Uhr geht das Event los. Ähm, der Plan für morgen wird sein. 9 bis 10 Uhr werde ich mit der Zornkönigin nochmal beides hier besprechen. Außerdem, bringt es jetzt was darüber zu sprechen, wann es losgeht? Der Podcast kommt danach raus, fällt mir gerade ein. Ja, das ist das. Ihr habt mitgekriegt, wann es losgegangen ist. Ja, ihr habt mitbekommen, was wir alles gemacht haben. Genau, wir hoffen, ihr wart alle zahlreich da. Und ihr habt viele Geld gespendet. Also, danke schön im Voraus, ihr Lieben. Aber eine Sache können wir auf jeden Fall noch klären, auch wenn dieser Podcast jetzt danach entstehen wird. Ähm, ich nehme mal an, wir werden Links posten, sodass die Leute, die dann jetzt diesen Podcast danach hören und das Event verpasst haben, auch noch die Möglichkeit bekommen können, zu spenden. Genau, also die Spendenaktionen werden noch weitergehen. Wir werden die Sozialfälle bis tief in Weihnachten, das habe ich mit Ihnen so ausgemacht, bis nach Weihnachten werden wir die Sozialfälle aktiv unterstützen. Es wird auch noch mal ein kleineres Event kommen von Chromie. Ähm, die Links werden dauerhaft bei uns eingebettet werden, immer wieder, auch immer wieder als News gepostet werden auf chromie.de, sodass wir das ganze Jahr auf jeden Fall oder das restliche Jahr noch dort supporten können. Ähm, auch für das Buch gilt das Gleiche, das werden wir auch mit reinpacken. Ähm, vor allem auch wichtig für die User hier, weil der Podcast kommt definitiv vor den YouTube Uploads. Das Event wird natürlich auch, ähm, komplett auf YouTube dann hier auf dem Kanal zu sehen sein, ähm, wo ihr gerade vielleicht auch den Podcast gerade auch hört. Ähm, wir werden es einmal splitten, also die unterschiedlichen Interviews, die dort waren und Sachen, die dort waren, werden wir splitten und einmal einen kompletten Re-Upload vom gesamten Event. Und ja, mir geht's auch. Ich hoffe, ähm, das Event ist ein voller Erfolg geworden. Ich hoffe, ihr habt alle supergeil gespendet. Ähm, jetzt möchte ich trotzdem ein bisschen darüber quatschen. Zornkönigin, du bist ebenfalls Streamerin, große Streamerin. Ähm, wie wichtig findest du solche Events? Wie wichtig findest du, sollte jeder in unserer Kategorie, unsere Größe oder kleiner, größer, sollte jeder so etwas machen? Ähm, du meinst jetzt Spenden-Streams, oder? Ja, so Spenden-Streams. Aufmerksamkeit darauf schaffen, auch so was. Hm, ja, also ich würde mir nie anmaßen, äh, zu sagen, was andere Leute machen sollen. Ich bleib da eigentlich immer lieber so bei mir, weil gerade Charity ist ja auf Twitch ein sehr schwieriges Thema. Ähm, da gab's ja schon einigerlei Sachen, die eben dann auch wieder eingestampft wurden, weil sie eben nicht vernünftig aufgezogen wurden oder wie auch immer. Ja, und das muss halt jeder einfach für sich entscheiden. Ja. Es ist natürlich schön, wenn viele sich da eben auch sozial engagieren und so weiter, aber ich würde jetzt nie irgendwie sagen, so, ich würde jetzt, es find's halt blöd, dass andere das irgendwie nicht machen oder sowas, ne? Ja, also es muss halt wirklich jeder für sich entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Weil, ähm, ja, gibt ja verschiedene Gründe dafür. Du läufst natürlich auch immer Gefahr, wenn du sowas machst, äh, dass dir dann nachgesagt wird, ha, das macht sie ja nur für die Reichweite, weil wir machen ja immer alles nur für die Reichweite. Wir haben ja auch null Spaß, nie. Das ist halt, das ist ja immer so ein Ding, wo man sich so ein bisschen mit rumschlagen muss und gibt ja noch so andere Sachen dafür. Also ich mach's gerne, bei mir ist ja Sozialfälle eh immer aktiv, also man kann bei mir eh rund um die Uhr da rein spenden. Immer schon, seitdem ich das halt gemacht hab, da 2020, seitdem hab ich's immer aktiv gehalten. Und, ähm, ja, das wird dann auch zwischendurch dann mal genutzt. Das ist auch, ähm, ganz, ja, ganz nett. Also ich, ähm, engagier mich da gerne. Ich hab da ja auch bei verschiedenen anderen Sachen noch mitgemacht, die jetzt da nicht so Sozialfälle zu tun hatten. Ähm, aber ich kann halt auch verstehen, wenn Leute sagen, hey, nee, ich trau mich da einfach nicht ran, ne? Ja, klar, klar, klar. Also es ist auch vollkommen okay. Ja, du kannst sehr schnell in so ein Fettnäpfchen treten, leider Gottes, ne? Und das Internet verzeiht dir halt gar nichts. Und Twitch verzeiht dir sowieso schon mal überhaupt nichts. Ja, es ist manchmal einfach super schwierig. Und ich versteh's halt, wenn man dann sagt, so, nee, boah, da geh ich nicht ran. Und das ist, ist auch okay. Es ist auch okay, wenn man sagt, nee, das möchte ich nicht, das kann ich nicht. Oder welche Gründe man auch immer dafür haben mag, ich würde das im Leben nicht verurteilen. Ja, so war's jetzt auch, glaub ich. Also die Frage war auch, glaub ich, nicht so von mir impliziert. Nee, alles gut. Ich weiß schon, dass du das nicht so geweint hast. Alles cool. Aber ja, ich kenn das. Ich stand auch in der Eifel mitten im Schlamm ohne Kamera, ohne alles Mögliche und hab Kellerwerke gepumpt für Reichweite. Was keiner mitbekommen hat. Ja, ja, ja. Hab ich auch immer so gemacht. Hättest du ja auch keinen Hot Top Stream machen können von da, da hättest du reichnet bekommen, glaub ich. Ist so. Hätt ich machen können, so aus dem Schlamm, ne? Nee, da war so viel Öl mit in dem Schlamm. Meine Haut sah danach, die war so kaputt von den ganzen Chemikalien und dem ganzen Rotz, der da drin war, ne? Nee, nee, das wär kein guter Hot Top Stream. Obwohl, vielleicht wär ich da mal ohne Haare. Wär für die Männer vielleicht mal ganz interessant, das wär eine neue Geschäftsidee. Geht mal in den Schlamm in der Eifel, ja, und ihr seid enthaart oder so. Für die Frauen vielleicht auch interessant, wer weiß. Alles klar, ich werd mir das merken, denn bei Classic Release wird das wahrscheinlich ein Drama werden mit den Haaren. Also, an den Beinen, mein ich jetzt, weil ich habe keine Zeit, ich muss leveln, ja? I know what you mean. Also, vielleicht renn ich dann mal durch den Schlamm mal schnell draußen oder so und renn dann wieder rein, oder was? Einfach so eine Schüssel unterm Stuhl, weißt du, wo die Füße dauerhaft drin sind, so. Im Schlamm, ja. Ja, genau. Eine neue Beautykur mit Öl und Pestiziden, wer brauchst du nicht? Oh je. Moby, an dich die Frage. Wie schlimm findest du das jetzt? Jetzt muss ich gucken, wie ich das richtig formuliere. Das ist schwierig. Ja, bei so einem Thema ist es halt immer etwas schwierig, weil man will halt nichts, ne? Wir haben ja gerade eben, wie gesagt, Ukraine-Krise, weitet sich gerade mal aus, dann nicht. Wir haben heute jetzt mitbekommen, Gas wird als seltenes Gut oder was auch immer, wie sich das jetzt nochmal genau schimpft, behandelt. Warnstufe 2 haben wir. Genau, Warnstufe halt. Und alles mögliche. Also, das zieht natürlich extremst den Fokus auf sich. Spenden gehen dorthin, gefühlt jede zweite Größe, größere Influencer und die ganzen großen Organisationen, großen Streamer, wo ich überhaupt natürlich nichts gegen sage, haben überall unten Spenden-Stream-Ukraine. Aber wir haben ja halt sehr vieles. Wir haben ja zum Beispiel hier auf dem Kanal auch schon für ein Kinderhospiz in der Corona-Zeit gesammelt, was ziemlich beschissen war. Also wirklich, weil wir ja wirklich vor Ort waren und auch wirklich dann erfahren haben, was dort abgeht. Dass zum Beispiel ja alle Mitarbeiter dort ehrenamtlich sind, eigentlich gar kein Geld bekommen und irgendwie sterbende Kinder begleiten. Ich meine, das muss man so offen sagen, wie das ist. Die begleiten dann einfach Kinder, die sterben. Und gar keine Aufmerksamkeit bekommen haben. Oder jetzt, wo ich mit dem Geschäftsführer von Sozialfälle gesprochen habe. Die kriegen null Aufmerksamkeit mehr. Da gehen irgendwie seit Wochen keine Spenden ein. Und es interessiert sich halt keiner mehr für sie. Wie findest du, kann man das? Sollte da zum Beispiel die Politik, sollte da irgendwas, sollte da irgendwas geschehen, um mehr den Fokus darauf zu lenken? Ja, das ist ein kleines Feld, was du auch machst. Ja, ich weiß. Also prinzipiell... Meine Meinung an der Stelle ist die gleiche Meinung, die ich auch bei den Tafeln zum Beispiel habe. Ich finde das, was die Ehrenamtler dort machen, absolut großartig. Und sie helfen den Leuten wirklich. Und es ist wirklich eine absolut saubere, schöne Tätigkeit und eine super Sache, die sie machen. Aber, was man da hätte eigentlich wirklich machen müssen ist, es darf doch eigentlich gar nicht so weit kommen, dass man das überhaupt braucht. Die Tafeln oder die Sozialfälle. Sondern warum ist es denn so, dass man in Deutschland, in einem reichen Land, ich muss jetzt leider die große politische Diskussion auch machen, tatsächlich um seine Existenz bangen muss. Oder um die Existenz, ich sag mal, auch seiner Tiere. Ich sag mal, wir reden ja jetzt hier nicht zwangsläufig von Leuten mit zwölf Katzen, sondern vielleicht von Leuten mit einer Katze, mit einem Hund. Und was weiß ich, die halt kleine, schon die kleinen Sachen, die sie nicht mehr leisten können. Und ich finde ganz ehrlich, es geht auch ein bisschen darum, um menschliche Würde. Und dazu gehört auch möglicherweise, dass man ein Haustier hat, wenn man halt sonst abgehängt ist in der Gesellschaft. Ja, dazu ist ein Haustier auch durchaus wichtig. Ja, definitiv. Und da kann es doch nicht sein, dass es einfach kein Geld da ist, um den Leuten dieses bisschen Würde noch... Ja, aber gut, ganz, ganz... Meiner Meinung nach ist es gar nicht notwendig, dass man solche Vereine überhaupt hat. Ja? Ja, aber gut, das ist ein Riesenthema halt. Und ich glaube, da könnten wir uns... Da könnten wir noch mal fünf Casts machen und die würden alle nicht mit VOG zu tun haben. Generell war das so halt das Mediale. Aber es ist halt wirklich ein Problem, dass diese Aufmerksamkeit im Augenblick ist halt einfach gerade ganz woanders. Das ist halt einfach so. So sind halt auch an der Stelle die Medien. Da kann man sich auch nichts dran machen. In vier, fünf Monaten wird ein anderer Hund durchs Dorf getrieben an der Stelle. Da müssen diese Vereine und diese kleinen gemeinnützigen Unternehmen, sag ich jetzt mal, sie müssen halt immer um Aufmerksamkeit buhlen. Klar, und da ist sowas natürlich super wichtig, dass es eben jetzt gerade in dieser Zeit, wo die ganzen Augen woanders sind, Leute gibt, die quasi dafür sorgen, dass man mal auf den Kinderhospiz guckt, auf Sozialfälle guckt, auf Mobbingopfer guckt. Und Mobbingopfer, ja. Mobbing war in der Corona-Zeit auch ein großes Problem, ja. In den Schulen wurde immer mehr, ich sag mal, digitalisiert. Es gibt jetzt immer mehr Leute, die jetzt irgendwelche sozialen Netzwerk-Accounts haben, Snapchat, Instagram und so weiter. Und da geht das Mobbing ja immer weiter, ja. Beziehungsweise da wird es ja digital noch verstärkt. Und umso wichtiger ist es, dass Leute da eine Anlaufstelle haben und Tipps bekommen, die sie damit umgehen können. Ja, dann haben wir das Thema zumindest auch schon mal ein bisschen so. Ich wollte mal drüber sprechen, weil wir wollten mal wissen, wieso die Meinung da so ist. Weil es, finde ich, doch eine relativ schwierige Angelegenheit ist. Ist, ist klar. Ja, müssen wir mal schauen. Dafür haben wir so ein schönes Event. Wir versuchen natürlich immer wieder weiter, auch das ganze Jahr noch, da ein bisschen was zu machen. Ich habe generell auch noch was geplant, da kann ich noch nicht so viel drüber quatschen. Und zwar bin ich da auch noch mal mit dem Kinder-Offspeeds dran. Das war da vielleicht ehrenamtlich ein bisschen was organisieren. Das muss ich zum Beispiel auch sagen, was ich sehr schön finde. Wir haben ja, als wir diese Spendenaktion für das Kinder-Offspeeds gemacht haben. Die Dame hat sich vor kurzem gemeldet, ist gar nicht so lange her. Und wir hatten dann im Stream erzählt, dass sie auch sehr gerne Sachspenden annehmen. Spiele, Computerspiele, Playstation-Spiele. Alles, was halt so die Kinder dort nicht haben, damit sie in ihren letzten Wochen, Monaten halt, was weiß ich, von mir aus noch Final Fantasy zocken oder World of Warcraft zocken können oder sonst was. Oder halt Brettspiele spielen können. Und es kommen bis heute tatsächlich noch Sachspenden an. Das fand ich ultimativ toll einfach. Also das finde ich wirklich klasse, wenn so Events, wenn wir sowas planen, sowas durchziehen, sowas machen, dass es noch so einen langen Hall hat. Hast du da sowas, hast du da eigentlich, Zornkönigin, irgendwie, ähm ... Oder kriegst du da von speziellen Fällen mit bei Sozialfälle, was vielleicht durch deine, sagen wir mal jetzt, über zwei Jahre, ähm ... Ja, passieren konnte, was besser war, weil du es sozusagen vor zwei Jahren gemacht hast? Oder Aufmerksamkeit dafür gemacht hast? Ja, 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 definitiv. Also ich hab, ähm, wie gesagt, die hatten ja Twitch gar nicht auf dem Schirm. Und ich hatte dann diese Spendenaktion ja gemacht und hab ja, wie gesagt, das ist ja, läuft ja bei mir eh permanent und findet man auch in den Panels und so weiter. Und, ähm, ich hab ein, ähm, ja, es gibt einen wirklich großen Streamer mit wirklich viel Reichweite. Oh Gott, ich hoffe, ihr hört das Donnern nicht, hier ist grad Gewitter, I'm sorry. Ich geb her, geb. Habt ihr das gehört? Nein, aber ich will's haben. Okay, da geht's ja. Ja, ja, und also der ist halt dadurch tatsächlich dann auf mich auch, äh, auf mich, auf Sozialfälle dann auch aufmerksam geworden, weil ich ist halt schon mal im Chat und ist dann auch hingefahren und hat da ein Video gedreht und gemacht und getan. Das war eine große Aktion, weil er dann auch für Sozialfälle gesammelt hat und so. Jetzt kommt ihr mit ins Boot, ein paar kleinere Streamer waren noch mit dabei, die dann auch gesagt haben, hey, das finden wir cool, da wollen wir auch ein bisschen mit fürsammeln und so. Also das ist halt schon so, wenn einer anfängt, äh, dann schlägt das wahrscheinlich dann auch irgendwann Wellen möglicherweise. Und, ähm, ja, das ist ja, das ist ja schön, weil, also die machen ja echt, echt gute Sachen so. Also das ist halt eine kleine Organisation. Also man muss sich das jetzt nicht vorstellen wie so eine Riesen, ähm, weiß ich nicht, wie so, ja, wie so eine Riesenorganisation, ein riesiger Verein, der überall, äh, Flammen austritt, wo es brennt. Das ist eigentlich eher klein gehalten und, äh, ja, das, das ist ja natürlich noch umso schöner, wenn man dann so ein wirklich gutes Projekt findet, wo man dann ein bisschen mit unterstützen kann auch, ne? Hm, definitiv. Also es gibt auch irgendwie so Dauerpatienten tatsächlich und da kann man auch sagen, hey, man will irgendwie, keine Ahnung, eine Patenschaft da übernehmen oder will halt monatlich sich beteiligen und Geld spenden immer. Das kann man auch machen, das gibt's auch noch. Ich such das grad, ich find das grad nicht auf der Seite leider. Ja, aber sowas, ich mag so kleine Sachen halt auch, weil man da, ich mein, wenn ich jetzt 5 Euro ans Rote Kreuz spende, wissen wir alle, die 5 Euro gehen im Verwaltungsapparat unter. Spende ich 5 Euro an die Sozialfälle, weiß ich, das ist eine Packung Essen für ein Tier. Der direkte Impact von meinen 5 Euro ist vorhanden und man kann ihn spüren und sowas find ich halt gerade an so kleineren Sachen, ähm, sehr cool, weil, ich mein, ich versteh, dass wenn jetzt sowas wie, ähm, Gronkh, ne, wenn die einmal im Jahr, ähm, auf Blase zur Spendenaktion und da irgendwie Millionen sammeln, das ist was ganz anderes. Da kommen halt Summen zusammen, da kann man ganz andere Sachen, ähm, ja, mit realisieren. Ähm, da sind wir noch nicht, aber ich weiß, Zornkönigin wird irgendwann auch 25.000 Zuschauer haben, wir dann so 15. Oh Gott, hoffentlich nicht. Ach ja stimmt, du brauchst ja weniger als 10.000, ne? Sorry. Ich brauch bitte weniger als 10.000 Follower, damit ich mich bei Seven vs. Wilde bewerben kann. Ja, genau. Also können jetzt bitte einmal 9.000 entfolgen und alle, die jetzt hier zuhören und es irgendwie cool finden, wehe, ihr folgt rein, wehe. Du musst einfach noch größer werden und dein eigenes Seven vs. Wilde machen. Genau, da mach ich mein eigenes Format, ja, ja. Wir machen eine Chromie vs. Wilde. Ich würde dann schlag den Rab nachmachen, ich würde dann schlag den Rab irgendwie umändern und das würde ich dann machen. Oh ja. Auf Instagram kann man das übrigens auch gut verfolgen, also wenn man sehen will, was so passiert mit den Spendengeldern oder so. Die sind da immer sehr, die posten da immer ganz viel, hey, das ist das und das Tier, das hat das und das mit Name und Foto und jetzt konnten wir helfen. Hier ist ein paar Fotos von nach der OP, vor der OP, dem Tier geht's wieder gut und so. Also die sind da wirklich engagiert, das ist schon alles ziemlich cute gemacht tatsächlich. Ja, aber das ist schön. Das ist schon schön, da freue ich mich drauf. Vielleicht können wir uns danach, also das habe ich mich auch schon mit ihm so verständigt, vielleicht kann man danach noch ein bisschen quatschen, je nachdem, was für eine Summe wir jetzt dann zusammenbekommen haben oder nicht. Ob man... Haustierkämpfe. Genau, Haustierkämpfe, ja genau. Ob man irgendwie, ja, eine Zusammenfassung dann vielleicht noch darüber macht, was wir vielleicht durch dieses Event oder durch euch, natürlich durch euch, denn ihr seid die treibende Kraft dahinter, ihr Zuschauer und alles, was dann vielleicht realisiert werden konnte, weil das ist natürlich auch dann immer schön zu sehen, wenn wir zeigen können, was ihr geschafft habt, ne, also wirklich mal Fakten zu schaffen und nicht, ja, ihr habt Geld gespendet, das Geld ist jetzt irgendwo und da wird einem geholfen und fertig, Punkt, ne. Das finde ich dann immer auch sehr cool, wenn man sowas dann halt direkt zeigen kann. Ja, ja, aber da sind sie ja wirklich, also mit Infos halten sie da nicht hinterm Berg, also da kannst du einfach nachfragen und die sind wirklich super nett, wirklich. Ne, das ist super, ja. Wie gesagt, das fand ich auch schon beim Kinderspeed cool, wo wir dann mit Fotos und Videos die Leute ein bisschen mitnehmen konnten und zeigen konnten, ja, das und das gab's und das und das gab's oder auch bei der Eifel, wo wir dann halt einfach, ja, zeigen konnten, ja, ey, wir haben Feuchtdücher und Windeln gekauft, halt so, weil einfach das wichtig war wie Sau oder Hygieneartikel und oder das Beste, was wir halt damals organisieren konnten, war ein riesengroßer Müllcontainer, den man einfach dort brauchte. Und Eimer und Besen und sowas, das ist einfach cool, wenn man wirklich zeigen kann, ey, euer Geld, es kommt wirklich an und da passiert wirklich was mit und das habt ihr gemacht. Ich glaub, das ist auch für einen selbst ein super cooles Gefühl, wenn ich einfach weiß, ey, guck mal, das hab ich geschafft. Wenn man das sehen kann, anfassen kann, fühlen kann, was man geschafft hat, ne, das ist, glaub ich, sehr cool. Ja, so, wir gehen langsam Richtung Ende hierzu. Äh, eine letzte Frage an euch. Wir sind kurz, wir haben die Mortal-K-Beta, ähm, lasst mal so ein bisschen die Glaskugel rausholen. Dragonfly-Beta, wann start Moby-Doo zuerst? Wir haben jetzt, naja, die wollen dieses Jahr noch rauskommen. Ich möchte behaupten, also, ich bin mir sicher, im Juli, ja, ich würde sogar behaupten Anfang Juli. Okay. Also, in ein, zwei Wochen. Was denkst du, Zaun-Könil? Äh, hoffentlich übermorgen. Ich hab Zeit. Na ja. Ne, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich tu mich immer schwer mit solchen Prognosen, sag ich mal. Ich hoffe aber bald. Ist ja toll. Ich würd's gerne. Ja, ja, doch, doch. Ich würd schon. Ich will, ich will einen Drachen spielen. Let's go. Also, ich sag ganz klar, nächsten Mittwoch läuft die Beta. Meinst du? Bist du auch so wie ich. Naja, die Wochen, wenn du mir überlegst, wenn, angenommen, die kommen, Blizzard-typisch wäre so wieder Ende November, ne, Release. Also, ich, ich möchte, ich möchte ja nur darauf hinweisen, die letzten, die letzten halben Jahr hab ich den Sunwell-Patch komplett, Datum richtig, Announcement Dragonflight komplett, Datum richtig, 9.2.5-Datum richtig, 9.2-Datum richtig, ähm, und World Cup auch. Also, ich glaub, ich hab's in Morim, kann auch sein, dass ich was anderes weiß, aber ich glaub, nächste Woche kommt die Beta. Also, was klar ist, ist, die brauchen auf jeden Fall noch, äh, was ist jetzt los? Äh, du wirst abgespaced. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Du hast irgendeinen Filter angemacht oder so. Äh, okay. Das musst du dir jetzt mal so zu Ende ertragen. Ähm, das sieht gut aus. Ich erzähl einfach weiter. Ich hab das nicht angemacht. Gut. Äh, pass auf. Jedenfalls, ich glaube, sie brauchen ja so, ich sag mal, 3, 4, 5 Monate brauchen sie mindestens zum Testen und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das viel später dann geht noch, wenn sie im November releasen wollen. Sie müssen die Pre-Patch vorher noch rausbringen. Im Dezember, ne? Und so weiter. Das wird nicht klappen. Das wird Anfang Juli werden und du könntest schon recht haben, nächste Woche Mittwoch. Ja. Wirklich. Wird so. Gut. Bevor du dann, ähm, von der Matrix da jetzt komplett verschlungen wirst und, ähm, hinterher noch Cyberkinetik irgendwie in dir hast, äh, wir sind dann am Ende. Ich danke dir sehr, Zornkönigin, dass du da warst. Ich freu mich auf dich, äh, morgen. Wir machen dann ja morgen ein wunderschönes Event zusammen mit den anderen und euch zuschauen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Noch ordentlich reinspenden in das Event, wenn ihr wollt. Ich sehe noch nicht aus. Und wir sehen uns im nächsten Chromikast und wie gesagt, danke, dass du da warst, Zornkönigin. Dankeschön für die Einladung. Ich freu mich auch auf morgen. Das wird bestimmt super. Bestimmt. Und Matrix, äh, tschüss. Martin. Martin, Mobi, Matrix. Martin, Matrix. Ich hab keine Ahnung, wo das angegangen ist. Ich kann das nicht abschalten. Jetzt sag wenigstens tschüss. Aber, aber in cool. Aber in cool so. Okay. Nimm die blaue oder rote Pille. Sternzeit, 1541, over and out. Okay, ciao. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.